Ich bin der Thomas Brenner, leite die Abteilungen Marketing und Sales Excellence bei WashTech auf globaler Ebene und freue mich heute hier zu sein. Digitalisierung bewegt letzten Endes uns alle und macht auch vor der CarWash-Branche nicht Halt. Aus dem Grund haben wir eigentlich zwei große Lösungen anzubieten. Das eine ist Easy CarWash, ein Abo-Modell. Das heißt, der Betreiber kann gegen eine monatliche Gebühr seine Wäschen anbieten. Der Kunde kann waschen, so oft er will, kann das alles ganz einfach und bequem über sein Smartphone steuern, braucht auch keinen Operator mehr an der Anlage, bei dem er die Wäsche kauft, hinterlegt die Kreditkarte und zahlt. Das zweite ist die Maschine, die wir hier im Hintergrund sehen. Das ist unsere neue Maschine, die wir heute exklusiv launchen in Deutschland. Das ist die SmartCare, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr viele Funktionen remote ermöglicht. Das heißt, ich kann Waschprogramme am Rechner gestalten, direkt auf die Maschine spielen, kann die Chemiefüllstände überwachen, habe Dosierungseinstellungen, die ich ändern kann. Das heißt, die Vernetzung und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, haben wir in dieser Maschine voll integriert, um unseren Kunden den maximalen Kundennutzen zu bieten. Die Herausforderungen, auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, die kennen wir alle. In Deutschland sind wir in manchen Dingen im Vergleich zu anderen Ländern weit hinterher. In China haben wir das Thema Kreditkarte komplett übersprungen. Da wird nur noch über das Handy gekauft und bezahlt. In den Nordics haben wir eine sehr starke Akzeptanz von digitalen Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder auch Apple Pay. Da sind wir in Deutschland natürlich noch ein bisschen hinten dran. Oder was wir tun, um das zu ändern, ist letzten Endes die Erklärung dem Kunden gegenüber, dass er zum Beispiel mit Kreditkarte zahlen kann, dass er die App runterladen kann, über die App die Maschine steuern kann. Er kann auch Einzelwäsche über die Easy Car Wash App kaufen. Und was auch wichtig ist, da arbeiten wir sehr stark dran, unsere Betreiber zu motivieren. Auch Dinge wie Wash & Pay, ich wasche erst, gehe dann zahlen. Oder ich kann sitzen bleiben, auch in der Portalwaschanlage, unser Drive-In-Konzept. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir es auch erklären und wenn der Betreiber das kennt. Weil ansonsten hat er den gewohnten Waschprozess, fährt vor die Halle, wartet bis sie frei ist, fährt rein, rennt in den Shop, kauft ein Ticket, geht dann wieder zurück, startet die Wäsche. Das können wir heute alles viel smarter und mit mehr Convenience anbieten. Und das sind natürlich genau die Themen, an denen wir arbeiten, um dem Kunden und dem Betreiber das Waschgeschäft einfacher zu machen. Mit letztendlich dem Ziel, den Umsatz zu erhöhen. Das schaffen wir über zwei Stellschrauben. Das eine ist der Durchschnittspreis und das andere ist die Anzahl der verkauften Wäschen. Wenn ich es schaffe, beides nach oben zu bringen, ist der Betreiber natürlich deutlich erfolgreicher mit seinem Waschgeschäft.